Der ist winzig Ist das ruffig, aber irgendwie geil Down, ach so, ja Das ist schon neugierig Down, parallel Ja, das ist schon neugierig einfach runter da yo 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 Das könnte so lange sein. Ah, f***. Digga, wen willst du verarschen? Der hier ist so ein Drecksprung. Da verliere ich mein ganzes Tempo. Wäre der nicht würden, würde die Hälfte nur in die Kurve springen. Ja, ich spring hier fast immer in den Zaun rein. Gefühlt. So eine Rotz. So. 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 Okay. Dennis, hast du Drop gemacht? Ja, den Drop habe ich gemacht, aber die Fotos hat nicht. Okay, dann, wie müssen wir runter? Ja, einfach runter und dann gehen wir. Das ist auch ein bisschen stein hier, ne? Das klingt richtig. Okay. oh fast ins geländer scheiße ja ich bin bei einem soweit so ein harter einschlag ne bei mir ein oben das warten die vor uns sind so langsam so das fahrt hier in Wartesang oben kurz gewartet scheisse ach nee oh nee los 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 Bis zum nächsten Mal.